Musik So Ryder, was gibt's? Äh, Freunde, ich hab mir überlegt, der Sommer geht ja zu Ende. Und bevor es richtig kalt wird, sollten wir nochmal eine Grillparty machen. Hey, das ist eine gute Idee. Das wird bestimmt spaßig. Ich kann einkaufen gehen. Chase, ich komm auch mit, ja? Äh, und ich mach so lang mit Rocky den Garten sauber. Prima. Äh, Marshall, und du kannst mir helfen, den Grill vorzubereiten. Geht klar, Ryder. Halt dich gut fest, Sky. Ja, ha. Säbein. 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 Erst flat. Dann nehmen wir mal. Dannllen wir auf die jenakisse. Die schitze auf die jJaigen. Skye, was brauchen wir denn alles? Zuerst Gemüse für den Salat. Das müsste genügen. Das ist mein Lieblingsregal. Ich suche aus, was wir zum Grillen brauchen. Fisch, Koteletts, Würstchen, Buletten. Ich glaube, ich nehme von allen. Jetzt können wir an die Kasse. Wollen wir denn kein Brot kaufen? Oh, das hatte ich vergessen. Hallo, mal schauen, wie viel ihr Einkauf kostet. Das macht 80 Moneten. Bitte schön. Danke. Und das ist ihr Röhrgeld. Dankeschön. Ich habe Hunger. Wo bleiben die denn? Das Essen ist so gut wie fertig. Habt ihr den Tisch gedeckt? Ja, Ryder. Ich habe den Salat gemacht. So, jetzt lasst uns endlich essen. Mh, das ist lecker geworden, Ryder. Danke. Lasst es euch schmecken. Mh, das schmeckt echt lecker. Mh, ja, das war eine gute Idee mit dem Grillen. Mh. OSB S MONTHS Mh, ja. Das ist alles. Mal, ich binzone. Und das, was sie sucht, scheint im farbigen Sand versteckt zu sein. Wer hier wohl ist? Lass uns nachschauen. Aber das ist doch nichts. Chase! Sky hat dich gefunden. Hier ist auch jemand? Mal sehen, wer hier versteckt ist. Das ist ja Rubble. Sky hat auch dich gefunden. Und wer ist hier? Gucken wir mal. Oh, das ist Marshall. Marshall. Sky hat dich gefunden. Nur noch ein Versteck übrig. Sehen wir nach. Suma, du bist es. Gut gemacht, Sky. Du hast auch Suma gefunden. Wie viele Mitglieder des Paw Patrol Teams hat Sky wohl gefunden? Lass uns mal nachzählen. Chase. Chase. Rubble. Zwei. Marshall. Drei. Zuma. Zuma. Vier. Sky. Möchtest du die Farben des Sandes wissen, wo wir deine Freunde gefunden haben? Lass uns mal gucken. Chase war im blauen Sand. Blau. Rubble kam aus dem gelben. Gelb. Und Marshall? Genau, er war im roten Sand. Rot. Und Suma? Er versteckte sich im orangenen Sand. Orange. Skye, du hast alle deine Freunde gefunden, die sich versteckt hatten. Herzlichen Glückwunsch! Paw Patrol, danke euch. Mit eurer Hilfe haben wir die Namen der Farben gelernt. Bis bald! Paw Patrol, seid ihr alle da? Huh? Oh, 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 oh! Oh, oh! Oje, Miné, ein Unfall. Freunde, wir haben einen Einsatz. Ich habe einen Notruf erhalten. Alles klar, Ryder. Chase und ich fahren gleich zum Einsatzort. Der Sturm hat großen Schaden angerichtet. Am besten wir trennen uns. Den Baum kann ich nicht alleine aufstellen. Am besten ich frage Radl um Hilfe. Rubble, Rubble. Ich bin schon unterwegs. Los, Rubble, bring deinen Bulldozer in Stellung. Ihr könnt wieder weiterfahren. Heimlich erscheinen, die sich zu zeigen. Der Baum schubel, starten in Stellung. In der Zwischenjagrime, wenn die Wortevortevortevortevs außerhalb von den Monstrum und in der Zwischenjagrime bleiben. Hier haben wir einen Versuch, Schadenbruch, Schadenbruch. Wir haben einen Bruchengel, Kartenbruch. Ich gehe schnell und erstatte Ryder Bericht. Ryder, wir haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Hilfe! Hilfe! Es brennt! Feuer! Freunde, über der Stadt sehe ich Rauch. Das ist ein Einsatz für das Löschteam. Los, Uma! Wir müssen uns beeilen. Wuff, wuff, wuff! Springt auf, Freunde. Ich fahre euch zum Einsatzort. Los, Uma! Lass uns das Feuer löschen. Machen Sie sich keine Sorgen. Meine Freunde löschen das Feuer. Prima, Zuma. Wir haben das Feuer gelöscht. Lass uns zurück ins Hauptquartier. Hm, ich sehe gar keinen Rauch mehr. Ich glaube, die Jungs haben das Feuer gelöscht. Eins, eine, eine! Wir sehen uns weiter. Das ist natürlich der Bedeutte. Vielen Dank.